Yo Leute und damit willkommen zurück zu Skype, mit dem Flash, mit Zen Tod. Hallo, hallo na 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 na. Ja, na ist es gut. Ja, ja sicher. Hütte, Hütte, Agri-Kraft Hütte. Ihr seht meine Botanien, hat sich ein bisschen verändert. Und wie lange will er das? Ich habe Agri-Kraft hingestellt. Deine Langeweile. Ja, du mich auch. Er hat bei mir geklaut anstatt selber zu züchten. Agri-Kraft Hütte. Ich hab dir nur die Blumen geklaut, das andere hab ich alles selber gemacht. Voll asozial. Das sind die schwersten gewesen. Heul doch. Die mach ich jetzt auch. Ich geh jetzt in Twilight, weil ich Pickaxe mit Silk Touch habe. Silk Touch. Und ich sollte mir vielleicht ein Schwert und eine Rüstung mitnehmen oder sowas. Keine Ahnung. Wer ist denn da mit? Mach doch. Mach doch. Mach ich jetzt auch. Du alter Vogel. Ah, ein Schwert. Helm. Hä? Was los? Hose. Oh. Schiechen. Ah, ist gut. Boah, langsam mehr Eisen wieder. Brauchst du nicht. Taucht voll wenig. Das brauche ich nicht, das nicht. Wie einfach alles in ihrem Makrum Scheskel voll angezogen wird. Also. So nam nam mäßig. So. Essen nehmen wir noch mit. Ab in Twilight. Jetzt so. Instant rein. Disconnect. Ne sollte eigentlich nicht. Na funktioniert. So. Hier ein paar Blümchen noch aufgestellt. Die End of Flame. Jetzt wäre eigentlich ganz schlau. Ist aufzuschreiben wo wir sind. Ja ne. Oh. Besonders diesen Zettel. Den darf ich. Darf ich den wegwerfen? Ja den darf ich sogar wegwerfen. Was? Zum Fall. Ähm. Zum Fall der Twilight. Zum Fall der Twilight Karte war ich so ne? Nö. Auch irgendwie mit ner Feder oder so n scheiß ne? Ja. Raben, Feder und so was du dafür baust. Alles gut. Bin's eigentlich auf Suche nach so Ärzten. Einfach ganz schnell. Hat's. Hop. So. zack 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 weil die findet man ja wenigstens erste die man mit zilka zapp bauen kann ja klar das stimmt hab ich alles einsortiert jetzt auch die farben aber ich hab so ein massfarben bekommen farben ja du kriegst ja genug ich hab ja fast alles auf 10 alles übertreiben musstest ich hing ja nur ein paar stunden gestern dran und hab gezüchtet das ist das schlimmste da nebenbei let's plays laufen gehabt oder stream gucken ja abends dann funke gucken ja ich weiß ich hab's gesehen naja auch bei twitch online ok iron ore brauche ich noch mal alles gut ach da liegt ja noch was fuck hui keine crops mehr alles mit fassad sehen oh merk ihr das alleine muss ja nicht geben weil du grad in twilight bist ne weiß ich nicht mhm ok wieder tag taag tag 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 Das sieht dann zum Beispiel das Rezept für die Charts schon wieder nicht an. Komisch. Letztes Mal ging's, jetzt geht's wieder nicht. Nö. Ja, das ist auf und zu irgendwie so. Komisch. Mal gucken. Komm. Sag mal. Ne, bei mir auch nicht. Gucken. Ups. Ne. Ja. Ich versuch mal was. Mich stört's nicht, weil ich's so aufgeschrieben hab. Eeeeee. What's down? Das ist grad das wichtigste. Wetstone. Damit wir Wetstone Pflanzen zichten können wie ein Beklopter. Was sind wir hier? Bedrock schon? Ach stimmt, wir sind auf einer sehr beschissenen Höhe. Glaub ja, ne? Ja. Twilight ist auf der 22 so gewesen. Geil, ich hab schon mal ein paar wichtige. Jetzt will noch Gold. Okay, so. Aber das finde ich glaub ich auch relativ schnell. Ne. Hier werden die Rezepte natürlich wieder angezeigt. Auf dem Portal nur hier. Wie gesagt, manchmal macht das manchmal nicht. Okay. Ja, das ist echt komisch. Aua, Mini Golem. Aber Skate weiß halt selber nicht was das ist. Nö. Aua. Weiß halt wieso, warum. Such den Hobby! Komm her! Okay. Tot. Und... Immer wenn ich ähm, MT reload eingib, umso mehr steht da, Warning. Ja. Die 156 Modification. So, nochmal, weil die Skript immer neu lädt. Hm. Na ja. Naja, scheiß Zombies. Oh, ich will dich grad nicht. Wann? Grad keine Zeit. Wapp. Was denn auch? Leck mich doch zum Wehen. Das ist schon noch falsch geschrieben, ey. Hm, komisch, jetzt macht das diesmal nicht. Botania-Pilz? Wie Botania-Pilz? Ich hab gerade einen Botania-Pilz. Achso, ja, gibt's ja auch. Sollen wir so durchgehen. Weiß nicht. Ah, ich stell' gerade mal ein Mikro um. Ist wieder Langeweile. Ja. Findest du? Oh, nö. Meine ich nun. Achso, na dann. Guck mal, ich brauch auch nur Silk Touch, ne, für Redstone. Ich benutze die ganze Zeit so. Ich kann einfach so abbauen. Das sind die Ärzte. Ja. Du, du, du. Brauch ich nicht. Ah, Minus-Zombie. Minus-Zombie mit Rüstung weg. Weg. Tschüss. Da, Sena, machen wir nochmal welche kurz. Da haben wir jetzt auch Sena. Lapp, es ist wichtig gleich. Und von dem sollten wir auch nicht haben. Ah, einer, okay. ja jetzt haben wir kommen hier sonst oder was immer ein bisschen hochzüchten kommt dieses glitz von manchmal echt nervig wenn das so lange dauert wenn du mit dem bone meal hochzucht ist dass das gar nicht wächst manchmal geht das voll schnell und dann dauert es wieder lange gehen wir nicht auf eier ich klatsch euch zwischen aua ja mega wabba sapling gg habe ich aber auch gefunden gehabt aber nicht hier dann bin ich von oben runter gefallen gestorben und der berg war wieder weg er hat so viele setzlinge gefunden es geht gar nicht mir fehlen gerade echt rucksäcke da ist schon alles wieder voll das stimmt na egal tja mach nix ist halt so gute nacht ja gute nacht jetzt brauche ich denn nicht zambi brains zambiieren bamm 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 vielleicht hat einen schaden ne doch auf zu lügen nö kitz krüff doch gar nicht nö 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 ich habe ihn natürlich vergessen nö aah ii zentos was soll das hm ich ich war das nicht nö klar nein Ob man den Unterschied nicht hört. Und das denn im Assembly-Table machen alles? Krass gewesen. Ja. Wir haben nur ein normales Rezept. Mhm. Okay. Keine Ahnung. Wie du weißt halt warum? Keine, dachte ich auch, sei komisch. Bleiben sie es nochmal schwer gemacht bei sich selber oder so. Ich weiß es nicht. Ali hat keine Ahnung. Ja, Ali nix wissen, ne? Ali nix wissen, gar nichts. Was krieg ich denn da weg schon, weil ich nie wollte. Was ist das? Ah geil, zweimal Lead. Was, Glead? Zwei Lead Ores gibts. Nehmen wir Seri, Lead und Family Expansion. Ja, ja. Das hast du Glied gesagt. Glied. Einmal mit und ohne Glied hab ich gesagt. Ja, ja. Brauch ich nicht. Hab ich noch einen Platz? Ich bin noch nicht. Du hast einen Schatten, ne? Das weißt du, oder? Hab ich nicht. Gefeilt ihn aber. Du lügst doch. Ne. Doch. Die pure Wahrheit. Ne. Doch. Die pure Wahrheit. Du bist auch wwww. Ja, ich weiß. Wwwwww. Hebele 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 he. Dachte ich mir. Ja, ne? So. Davon. 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 1, 2, 3, 4, 5 Stückchen noch. Ja. So ist das. Schiehe sterben, Skelett. Lass die Skelette doch leben. Nein. Doch. Schon wieder Zombies. Wo sind sie denn? Tenden sich ein Namenschild? Ich wenn sie nie wieder raus. Na ich jetzt schon. Nö. Ja, nisch. Du jurst irgendwo unten rum oder was? Ja! Ich bist echt einer. Bist du aparecer für ein Wispen. Weg. Nein. was ist jetzt los mit einmal und ich frage vorher, willst du noch schlafen gehen? Nein, ich bin fit. Man sieht es ja jetzt. Alle 5 Minuten. Oder ist wirklich ungelogen? Nicht alle 5 Minuten. Wir haben jetzt 13 Minuten aufgenommen. Er ist ja schon wieder am Gehen. Laber nicht. Mach ich doch nicht. Doch. Nö. Ja. Nein. Boah. Das ist ungewohnt. Nein, als ich es selbst auf den Kopf hören hört. Ja, warum machst du es denn auch? Weiß er nicht. Vielleicht gewinnt man sich dran. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ja. Goldohr. Nice. Nam nam. Flash, beherrsch dich doch mal endlich. Ich beherrsche mich. Nein, tust du nicht. Das hier eigentlich, nein. Natürlich nicht richtig ausgeleuchtet. Irgendwas. Hier nicht. Gucken wir mal lieber, bevor ihr irgendeine Scheiße spaut. Sind sie irgendwo, entweder über uns, oder hier schräg durch. Boop, 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 boop. Okay. Es geht ab, Freunde. Da fehlt nur ne Fackel. Da. Hier hinter alles. Redstone. Ja, hier nicht. Redstone. 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 Redstone